Direkt aus dem Depanews-Kanal Essen Frankfurt EPA auf dem deutschen Automarkt bieten inzwischen nahezu alle Hersteller Abwrackprämien für alte Dieselautos an oder nehmen diese in Zahlung. Das Niveau der Preisnachlässe hat damit wegen der Furchtvollfahr verboten im September ein neues Rekordniveau erreicht, wie das Karsinter der Universität Duisburg-Essen in seiner regelmäßigen Studie berichtet. Nachdem nun auch Jaguar, Land Rover und Kia entsprechende Anreize ausgelobt hätten, gäbe es sogenannte Umweltprämien von mehr als 25 Automarken, die zusammen 95% des Marktes abdeckten, erläuterte Studienleiter Ferdinand Dudenhöfer. Der durchschnittliche Kundenvorteil betrage 16,1% des Listenpreises. Nur Ferrari, Volvo und einige kleine Hersteller verzichteten noch auf derartige Programme. Dudenhöfer warnte davor, dass sich die Konsumenten an die hohen Preisnachlässe gewöhnten und diese auch noch Monate später erwarteten. Der Diesel hinterlässt damit Dauerschaden im Markt, sprich bei den Margen und Gewinnen der Autobauer. Der Autoprofessor kritisierte die Hersteller, dass sie keine Modelle auf den Markt brächten, welche die neue und schärfere Abgasnorm Euro 6D erfüllten. Mit diesen Wagen könnte man Käufern klar signalisieren, dass sie nicht die Katze im Sack kaufen würden. Stattdessen würden Wagen nach der alten Euro 6 Norm mit noch höheren Rabatten aufgehübt. Stattdessenést Stattdessen